Musik Herr Mankel, 1991 ist Ihr letzter Ballanderfall erschienen im Original 2001 unter dem Titel Die Brandmauer in Deutschland. Jetzt ist ja schon einiges an Zeit vergangen, wieso kommt jetzt ein neuer, letzter Ballander? Es ist eine gute Frage. Für viele Jahre habe ich nicht gedacht, dass ich ein anderes Buch schreiben würde. Ich dachte wirklich, Hand on my heart, dass ich es getan habe. Aber fünf Jahre vorhin habe ich angefangen, dass es vielleicht ein anderes Buch gibt. Ein Buch, das mehr über seine eigene Leben geht. Und gleichzeitig war ich sehr viel über die politische Scandale in Schweden in meinem Leben. Und ich kam zu denken, was passiert in den Anfang der 80er Jahre. Die Frage, ob es Russische Submarine in die Schwedische Wörter waren. Und dann, wenn ich die Möglichkeit habe, ich denke, zu bringen diese zwei Geschichten zusammen. Dann habe ich gesagt, ja, es gibt noch ein Buch zu schreiben. Und ich habe das drei Jahre vorhin entschieden, und jetzt ist es vorbei. Aber Hand on my heart wieder, das wird das letzte Mal sein. Reden wir noch mal über Ihr neues Buch, ohne von der Geschichte des Buches zu viel zu erfahren. Aber es gibt einen realen Hintergrund in den 80er Jahren. Ein U-Boot spielt eine Rolle, deswegen sind wir hier auch in der Nähe von einem U-Boot und Kriegsschiffen. Können Sie kurz umreißen, was da passiert ist in Schweden in den 80er Jahren und was die Grundlage für das Buch ist? In 1982 in the autumn, there was a sudden alarm among the Swedish Navy that there had been seen U-boats, submarines inside the archipelago outside of Stockholm. Und so the Navy started to try to hunt for these submarines. They never got anyone up, but everyone said this must be Russian submarines. Okay. And it was a lot of havoc. And at the same time Olof Palme became Prime Minister again. And there was, you know, a political committee to try to find out what really had happened. And then in 1983, one day in March, and this is exactly what happened. Mr. Palme as Prime Minister got this work of the committee. And he was so angry after having read it, so he threwed it away and said, where the hell is the evidence that this was Russian submarines? There were no evidence. And that is the background. And then I found a way that could link Wallander of today with these things. I won't tell you more about it because people should read the book. Sie sollen das Buch lesen, genau. Gehen wir denn nochmal zurück in der Zeit. Wie sind Sie denn damals auf die Figur des Wallander gekommen? It is exactly 20 years ago, 1989. The same year when we saw what happened in Europe, the fall of the Berlin Wall and everything. And I had the feeling that I wanted to try to write about in one way the big changes that was happening in that time in Europe. That is also why I chose a small city very close to the continent, down south in Sweden. And I didn't really have an idea to write more than one book about him from the beginning. But I realized quite quickly that I had invented an instrument that I could use to tell a lot of stories. And I think I wrote as much as four books before I realized, well I will continue to write more about him really. So it was one book, two books, three books, four books and then it became a series. The big question is of course, is there a difference between you and the figure Wallander? Three. One, we have the same age. Secondly, we are very fond of Italian opera. And thirdly, we work a lot. Besides that, we have nothing in common. And I really honestly think that if he would have been alive like you or the photographer or the sound engineer, I don't think we would have been friends really, because we are so not equal at all. And I really in many ways don't like him. If we are now talking about the last case of Wallander-Fall, is there something you would say that you do not know Wallander yet to 100%? Or has the character of Wallander yet to 100% developed? Do you know this figure? Is there nothing more? Is there nothing more secret? No, I don't know all of him. The best way to explain that is that when I see, Ich sehe, wie jetzt Kenneth Branagh, der die BBC-Versens von Wallander. Wie Kenneth Branagh das, sagt mir viele Dinge über Wallander, die ich nicht wusste. Und so ist es auch mit Christoph Hendriksson und auch Rolf Luskow. Sie sagten mir viel über die Person, die ich nicht wusste. Und ich bin ziemlich sicher, dass es viele Dinge über ihn, den Charakter, die ich nicht wusste. Weil ich nicht alles über mich selbst. Und du kennst nicht alles über dich selbst. Denn es gibt immer Plätze in dir selbst, die du nicht über wissen kannst. Das macht das Leben so spannend, dass du immer noch Zeichens finden kannst. Und ich denke, das geht auch für Wallander. Gibt es Momente, wo Sie das Gefühl haben, dass Sie von Wallander etwas lernen könnten? Das ist eine gute Frage. Ich habe noch nie gedacht. Herzlichen Dank für die Frage. Vielen Dank. Das ist eine neue Frage für mich. Vielen Dank. Ich habe nicht eine sehr intelligente Antwort auf das. Aber ich denke, es muss sich in Situationen, wo ich dachte, wie er reagiert würde. Das hat mich auch gesagt, ja, das ist richtig. Das ist auch die Art, die ich sollte reagieren. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich war nicht bereit für diese Frage. Vielen Dank. Vielen Dank. After 20 Jahre, ich habe die Frage, die ich nicht vorbereitet habe. Das ist wunderbar. Was für ein Moment. Ich habe die Frage, die ich nicht vorbereitet habe. Ich habe das Gefühl, weil die denn hier auf Patreon gemacht wird, ich bin groot. Es ist wunderbar. Ich habe die Frage, die das Gefühl, weil ich bin gut für mich, und ich bin klar. Ich bin froh. Ich bin froh. Vielen Dank.